Thomas Rohrbach ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Rohrbach spielte in seiner Jugend für Hessen-Bad Hersfeld und Borussia Fulda. 1968 wechselte er zu Göttingen 05 in die Regionalliga Nord. Für Göttingen wurde er erstmals im DFB-Pokal eingesetzt. Im Laufe der Saison 1969-70 wechselte er in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Sein erstes Bundesligaspiel absolvierte er am 15. August 1970 gegen den Hamburger SV. Eine Woche später gelang ihm sein erster Treffer beim 2-1-Sieg über Hannover 96. In seiner ersten Saison wurde er 22 Mal eingesetzt. Rohrbach wurde sofort zur festen Größe im Team der Frankfurter und spielte in fünf Jahren 134 Mal in der Bundesliga. Dabei schoss er 16 Tore. Sein erstes Europapokalspiel bestritt er am 12. September 1972 im UEFA-Pokal gegen den FC Liverpool. Es folgten vier weitere UEFA-Cup-Einsätze in der Saison 1974-75, in denen er Zweikreffer erzielte. Dazu kamen insgesamt 19 Einsätze im DFB-Pokal, darunter das Finale in der Saison, das 3-1 gegen den Hamburger SV gewonnen wurde. Im Halbfinale erzielte Rohrbach den wichtigen 2-2-Ausgleich beim 3-2-Sieg über den FC Bayern München. Ein Jahr später gewannen die Frankfurter mit Rohrbach erneut den DFB-Pokal. 1975 wagte er den Schritt ins Ausland. Zunächst tat er drei Jahre für den griechischen Verein Ethnikos Pireus an. Danach wechselte er zu Olympia Kospireus, mit denen er 1980 griechischer Meister wurde. 1980 kehrte Rohrbach zurück nach Deutschland, um für den SSV Ulm 1846 in der 2. Bundesliga Süd aufzulaufen. Nach 28 Zweitliga-Einsätzen, in denen er sieben Tore erzielte, kehrte er 1981 zurück zu seinem Heimatverein Hessen-Barthersfeld. Ausklingen ließ er seine Karriere schließlich beim FC Rhein-Main. Erfolge DFB-Pokal Griechischer Meister